Kirin-Spuren Hey, was ist los? Eindeutig keine natürliche Formation. Als wäre da jemand direkt durchgerauscht. Okay, ich bin bereit. Wir müssen herausfinden, von wem das laute Gebrüll von vorhin stammt. Unglaublich, so einen Ort in den Leitlanden zu finden. Äh, ist der wegen uns so dorf? Hüi! 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 Was passiert hier? Nicht möglich. Er hat überlegt. Er hat überlegt. Er hat überlegt. Er hat überlegt. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Hätte nie erwartet, diesem riesigen Affen mal zu begegnen. Partner! Ich helfe dem Admiral! Ermöglich uns die Flucht!